Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point Year One Edition und wir werden dieses Mal wieder eine Mission erledigen. Alles ist vorbereitet. Das Team habe ich ausgerüstet und ja, wo ich mir allerdings keine Gedanken gemacht habe, ist bei der Produktion. Ja, was sollen wir da bauen? Eigentlich macht jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Wir haben halt die, ja das Team, alle Teams kriegen wir halt mehr oder weniger ausgerüstet und ich nehme mal an, dass man auch irgendwann nochmal besseren Kram bekommt. Was wir vielleicht schon mal auf Halde produzieren könnten, wäre nochmal ein Geschütz. Wir könnten andererseits aber auch, ich kann hier mal das Team wieder zeigen, was ich hier ausgerüstet habe. Wir haben beispielsweise noch diese Helme, die Banshee Helme, die sind halt ziemlich schlecht, wenn man die mit den, ne das ist ein Sturmhelm, äh den hier vergleicht. Der Eidolon Helm hat eine Wahrnehmung von 7% und eine Genauigkeit von 9% und, ähm, hat halt keine Tarnung. Hier ist eine Tarnung mit bei. Ähm, wir haben halt für dieses andere Team, Team mit den Infiltratoren, haben wir halt das hier. Da ist halt gar keine Genauigkeit drauf, dafür mehr Tarnung. Aber das ist jetzt quasi diese Sache mit den, äh, alles auf Tarnung machen. Das macht jetzt bei den Teamen, wo die Infiltratoren nicht dabei sind und wo die, ähm, wo wir beispielsweise Stürmer drin haben, macht das auch gar keinen Sinn. Es sei denn, man baut wirklich alles auf Infiltratoren um. Ähm, was man jetzt mit dem Team vielleicht, naja gut, wir haben sowieso einen, wo ich das ja vergimmt hatte, mit der Klassenauswahl. Jetzt bin ich hier ein bisschen falsch. Äh, hier der ist ja, ähm, Stürmer, Sniper. Hat zusätzlich diese Scharfschützenfähigkeit. Ähm, ja, der würde da sowieso nichts mehr bekommen können. Den müsste man halt so, äh, ausbessern. Also ein Infiltrator könnte der nicht mehr werden. Ähm. Naja, ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist, so einen zum Infiltrator zu machen, weil die hiermit ja auch nochmal minus 20% Tarnung haben. Also, ja, es ist wahrscheinlich jetzt sich in Grenzen. Also, wird's wahrscheinlich sinnvoller sein, den irgendwas anderes, ähm, da anzuziehen. Und, ähm, ja, ich mein, plus 8% und plus 9% sind natürlich jetzt auch keine Welten. Da ist aber halt Wahrnehmung noch drauf und die Rüstung ist besser. Kann man machen. Aber ist jetzt nicht der Hit. Wir haben das hier, da haben wir Tarnung 6%, Genauigkeit 4%. Die haben sogar einen, achso, das ist, äh, Stürmer. Tarnung 0%, Genauigkeit 5%. Äh, tut sich nicht viel dafür. Jetzt Ressourcen auszugeben ist wahrscheinlich ziemlich unnütz. Also, deshalb, ich weiß jetzt nicht, was ich hier an Produktionen machen sollte. Wir könnten natürlich hingehen und auch so ein Flugzeug bauen, aber das kann man dann auch wiederum besser kaufen. Wir könnten spaßeshalber mal einen Flammenwerfer bauen, aber das macht ja eigentlich auch keinen großen Sinn. Also, ähm, den Granatwerfer könnten wir vielleicht mal ausprobieren. Aber da habe ich ja noch die Forschung für bessere Granatwerfer. Da sehe ich jetzt auch den, äh, keinen wirklichen Anlass zu. Also, ich würde das jetzt hier einfach mal leer stehen lassen mit der Produktion. Und, ähm, müssen wir dann einfach mal, ähm, mal schauen. Dann handeln wir hier erstmal. So. Äh, äh, ja. Können wir das hier auch? Ne, doch. Wunderbar. Bevor ich das vergesse, können wir das dann auch direkt wieder investieren. Ähm, und zwar hier in diese Basis. Da haben wir noch zwei Slots frei. Ich weiß nicht, ob wir nicht noch in irgendeiner anderen Basis mehr Slots frei haben. Da sind zwei frei. Da sind, da sind noch Südamerika, Nebelabwehranlage. Äh, die habe ich irgendwie, glaube ich, vergessen. Ähm, ja, aber die können wir natürlich auch noch, äh, weiter ausbauen. Ähm, da bauen wir dann auch Forschung rein. Eins, ja. Wir könnten die Wohnräume hier auch wieder abreißen, weil entweder ganz oder gar nicht, würde ich fast sagen. Und wenn, dann würde ich weiter im Süden was bauen. Also, dann machen wir hier abreißen, nehmen wir uns die Ressourcen mit. Und, ähm, dann können wir hier nochmal weitere Gebäude reinbauen. Ähm, gut, ja. Also. Äh, dann werden wir hier mal loslegen mit der Mission Helenas Rettung. Unserem jüngsten Geheimbericht zufolge hat New Jericho Dr. Lewandowski in einem Hochsicherheitslabor untergebracht. Sichere die Anlage, damit wir sie und ihre unschätzbar wertvolle Arbeit Tobias Wests Händen entreißen können. Äh, äh, klingt jetzt nicht so, als wenn ich damit alle zu Freunden mache, aber... Ähm, ja. Team hatte ich ja, glaube ich, eben schon gezeigt. Äh, jedenfalls soll das so passen. Und dann legen wir los. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich halt mal Sachen, äh, bekomme, die ich dann... Womit ich, äh, halt ordentlich was produzieren muss. Machen natürlich jetzt auch dann keinen Sinn, diese 50% Produktion mit Priorität zu erforschen. Wenn ich sowieso Leerlauf habe. Da muss ich mal schauen. So. Ja, die haben natürlich jetzt hier auch... Ich meine nicht, dass das jetzt relevant wäre, aber die haben 35 Wahrnehmung. Und der Sniper wahrscheinlich noch mehr. 42, ja. Ja, also da bräuchte man dann schon ordentlich Tarnung, damit man überhaupt da irgendwie, ähm, naja, gedeckt bleibt. Ähm, ist natürlich jetzt hier kein Thema, weil sowieso meine Leute nicht getarnt sind. Also... Äh... Da rechts ist auch noch einer. Dr. Helena muss überleben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die müssen wir aber erstmal irgendwo finden, glaube ich. Wo sollen die sein? Doktor Helina! Ich vermute mal... Au. Ja, ich vermute einfach mal, dass die hier im Gebäude steckt, irgendwo. Ja, wahrscheinlich muss ich die erst aktivieren und dann werden die Gegner die angreifen oder so. Wenn die die natürlich jetzt schon zerschreddern würden, wäre das ein bisschen problematisch. Wer weiß. Ähm, könnten auch mit dem versuchen, die Seite freizuhalten oder freizumachen. Ja, komm. Ja, komm. Hm. Nö, nö. Für den bin ich da hingegangen. What are these toy weapons? Hm. Und eine Blutung. Und wie viel hat der noch? Der ist tot. Okay, Nummer 1. So, dann. Ähm. Ich glaube, das hier ist ein bisschen problematisch. Hm. Wir haben aber ja die mit den Powerwaffen. Die können einfach wen umlasern. Und das können wir hier im Grunde auch machen. Guten Tag. Ich habe ein Laser auf dem Rücken. Das ist immer noch das Stärkste, was ich hier habe. Ähm. Eigentlich hätte ich noch nicht mal ran gemusst. Ähm. Boah. 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 Dann. Standing by. Das ist jetzt nicht die optimale Position, aber. Mhm. Na ja, ist aber gut verletzt. Dann machen wir da mal gerade... ne heilung stomp stomp ehm nein wir machen noch hier overwatch und ja ouch ok ja ähm ich glaube da heile ich mich mal dann packen wir wieder den Laser aus wir könnten den weglasern eingepackt ähm ja mehr geht auch nicht der wird zwar eins angezeigt aber der sollte eigentlich nicht mehr eins sagen ähm so wir haben da einen den können wir nicht wirklich angreifen hm ja kann man sich jetzt auch nicht irgendwie in einem Winkel stellen weil der da doch so um die Ecke steht da gibt nichts das wäre der einzige der den angreifen könnte wir könnten aber auch ja den da hinlaufen lassen und den mit zusätzlichen Aktionspunkten versorgen ja ja wie viel willenskraft hat der sechs okay hm 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 wir haben außerdem schnell aufräumen erledigen Gegner ja machen wir das mal ach ach das kostet aber naja ok es ist aber ok nein äh immerhin hat der ja eine ganz gute Panzerung ähm so dann das und der muss natürlich jetzt hier sterben ja das hat halt nicht gereicht ich ich meine der stirbt jetzt die Runde aber das Problem ist dass meiner jetzt auch nochmal von denen da angegriffen wird wir haben aber auch noch hier einen und der kann das jetzt geben so dann kann der einen Aktionspunkt investieren um den zu töten äh nochmal ein bisschen mehr ähm ne wir könnten hier auch erstmal eine Sicherheit gehen dass wir da ein bisschen Entfernung holen das macht wahrscheinlich schon Sinn mal hätte nochmal Willenskraft aber nochmal können wir das nicht nicht machen ach wir könnten aber auch mit dem da hochlasern so den sehen wir ach der hat Panik da können wir nicht reinschießen von da aus können wir da hochschießen und der kann den auch treffen dann guck mal wie gut der treffen kann äh 40% oder so ist jetzt nicht super schieße 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 fünfmal bogen vor mich mit einer Direktfeuerwaffe ja ja ich glaube das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn ähm der müsste irgendwo hinlaufen wo er den theoretisch angreifen kann also sagen wir einfach mal hier hin dann dann wechseln wir wieder auf unseren Imbalaser und go so mal gucken ob wir den da noch rüber ziehen können ne ready ok dann können wir hier natürlich schauen dass wir den vielleicht interrupten ja mhm mhm ja der lebt schon gefährlich mhm ja der lebt schon gefährlich ist gar nicht so klug mhm ja ich gehe auf jeden Fall ein Stück weit weg macht zwar jetzt nicht viel aus aber das war geschenkt so ähm ähm der kann da nichts mehr tun und hier der ja der grätscht dann da von der Seite aus rein eventuell eventuell ja oh da oben läuft er nach oben mhm batsch der ist mit Panik hat er die Tür aufgemacht hm ok 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 ja den da oben mhm 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 der ist ja mal super langsam weil er das Bein kaputt hat ja das ist halt gefährlich mit dem ja das ist halt gefährlich mit dem wahrscheinlich macht das da noch nicht mal groß Sinn irgendwo hin zu laufen ich soll ja die ne ich soll das Gebiet sichern also das heißt wahrscheinlich schon alle umpusten ich mach mal das hier mit dem der hätte wahrscheinlich am besten wäre da reingesprungen mit dieser Dingsfähigkeit und dann hätte das wahrscheinlich auch funktioniert ähm ja der steht natürlich da jetzt sehr praktisch eigentlich aber da müsste man halt selber nochmal näher ran der hätte diese Fähigkeit wieder um Punkte zu geben der auch das heißt ich kann eigentlich einen durchlotsen ähm schnelles aufräumen da bräuchten wir Willenskraftpunkte für die haben wir nicht äh äh wir können aber den nehmen mhm und den so mit Punkten vollpacken dass der hier alles selber umbringt ja das wird schön es sei denn der schießt zurück schießt der zurück? ne Todesmarkierung ne die brauchen wir glaube ich nicht der wird jetzt einfach alles erschießen ready to fire öh ne doch Willenskraftpunkte ohne Ende okay okay ich will nicht von dem da hinten angegriffen werden deshalb da werden wir mal gerade ein bisschen rüber laufen wieso was ist unser Plan vielen Dank komm online der muss ein bisschen nach vorne laufen wir stehen zusammen damit hat der auch wieder neue Willenskraftpunkte bekommen guten Tag wir brauchen einen Angeln haben wir dich und jetzt müssen wir noch das Gebiet sichern es könnte sein dass das der letzte ist ähm stellen wir die mal hier zwischen solange nicht von da noch irgendwie so ein Honk kommt sollte das schon passen ah nein dachte gerade vielleicht könnte ich den mit dem angreifen aber das geht nicht hätte ich vielleicht auch fliegen können aber wir machen das jetzt mal so hier ähm und das hier brauchen wir noch nicht mal oh er könnte zumindest von da aus overwatchen oder oder einmal schießen das ist ein Sniper schießen wir äh äh naja da den habe ich jetzt ein bisschen Angst was 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 ja ok na haha daneben ok dann machen wir dasselbe jetzt einfach weiter nehmen die Sniper wieder ne das geht wieso kann der denn der steht doch da wo er vorher auch schon stand Junge Junge so geht's ja nicht ich using guten Tag ich bringe Frieden x3 x2 x3 x2 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 x3 x2 x2 x4 x4 x3 x2 x3 x3 x4 x2 Ja, noch einen Kampf jetzt zu machen, das wird dann wieder ein bisschen zu lang. Deshalb, ich werde jetzt mal gucken, dass wir zumindest das soweit vorbereiten, dass wir beim nächsten Mal dann direkt wieder mit dem Kampf loslegen können. Oh. The third time's a charm. Wir haben immer so busy auf die Fühne zu beschäftigen. Wir haben in den Hügel gesucht, die Mists, die Pandora Virus, die Tausende von Mutationen, die gesucht wurden, aber wir haben noch nie versucht, für ihre wahrsten Orden. Wir waren die ersten, um damit zu beschäftigen. Randolph's Grandfather hat die Begründung gefunden, von Saits und Artifacts predationen die Geschichte kennenzulernen. Mit den Ice-Capps verletzten, wir haben eine bessere Chance für sie zu finden, als er noch nie gemacht hat. Fort Sloboda Das Aufspüren von Ruinen dieser vergangenen Zivilisationen nützlich sein. Unsere Hoffnung ist, dass uns die uralten Geheimnisse, die wir enthüllen, dabei helfen können, der pandoranischen Bedrohung Herr zu werden. Antidiluvianischen Archäologie, da hat es gerade irgendwie geflackert. Was ist denn diluvianisch? Ist das dieser, der neunte Planet oder was auch immer, der einmal x tausend Jahre vorbeikommen soll oder sowas? Diluvianisch, auf dem natürlich auch Außerirdische wohnen. Antidiluvianisch, Eiszeit auftretend. Ante. Ante ist vor. Okay, also das ist einfach nur vor der Eiszeit. Naja, okay. Neue Forschung verfügbar. Soldaten auffüllen, ja. Was haben wir denn an neuer Forschung jetzt hier? Ah ja, das wird doch sicher erklärt. Beim, ähm... Oh. Wieso können wir hier... Das sind noch... Ne, Quatsch. Die Pfeiler haben wir hier immer noch. Ähm... Äh... Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ähm... Da, das Letzte. Zwei Stunden dauert es nur. Beim Wissenschaftsfeld der antidiluvianischen Archäologie werden die von den vormenschlichen Zivilisationen zurückgelassenen Spuren studiert. Jahrhunderte lang zweifelten Kritiker an der Existenz solcher Zivilisationen. Doch schlussendlich musste die Gemeinschaft die zunehmenden Beweise akzeptieren. Die von der Verbreitung des Pandora-Virus auf die Ozeane der Welt aufgelöste extreme globale Erwärmung, ähm, enthüllte etliche interessante Orte. Jetzt können wir die Forschungen wieder aufnehmen und die Geheimnisse der Uralten ein vor allemal lüften. Ja, es dauert nur zwei Stunden. Das machen wir... ...dann mit Priorität. Und dann machen wir weiter mit den Satelliten. Das passt schon. So, dann können wir hier... Da habe ich schon gehandelt. Die müssten... ...ja, jetzt nach Hause fliegen. Und, ähm... ...dann da eine Ecke rasten. Und dann auch, äh, ne... ...das Ding da abwehren. Und währenddessen... ...moment... ...kann der rumfliegen und ein bisschen heilen und... ...äh, handeln und so. Ja, also, du fliegst runter. Dann speichern wir jetzt hier mal. In 62. Der ist ja jetzt hier auch fertig. Antidiluvianische Archäologie. Um einen Durchbruch bei der antidiluvianischen Archäologie zu erzielen, müssen wir unseren Wissenschaftlern regelmäßig Artefakte unserer Vorgänger zukommen lassen. Um das zu ermöglichen, ist die schnelle Entdeckung uralter Orte unerlässlich. Unsere Wissenschaftler haben eine Scannersonde entwickelt, die in der archäologischen Anlage hergestellt werden können. Das ist falsch geschrieben. Wenn sie von einem Manticor aus gestartet wird, kann sie antidiluvianische Orte aufspüren. Danach kann ihr gefährlicher Ausgrabungsvorgang beginnen. Okay, also wir müssen von einem Manticor... Wir sind nicht die Ersten, die nach den Geheimnissen der antidiluvianischen Zivilisation trachten. Im Laufe der Geschichte haben große Sammler die überliefernden Texte und Pläne antidiluvianischen Ursprungs geschätzt. Heute liegen einige dieser Sammlungen vergessen in den Ruinen unserer Städte aus der Zeit vor dem Pandora-Virus. Andere befinden sich in den Händen der Jünger von Anu, Nual, Jericho und Synergion. Wir brauchen sie, wenn wir die pandoranische Bedrohung abwenden möchten. Unsere Forschung deutet darauf hin, dass sich eine solche Waffe von erstaunlicher Schlichtheit und Effektivität in einer Stadt in der Nähe unserer Basis befindet. Und weitere Untersuchungen haben Priorität. Die Hacke Die Hacke ist da. Okay. Da könnten wir ja sogar dann mit dem Trupp hinfliegen. Äh... Ja, es ist halt schon sehr viel ähm... zum Forschen jetzt da. Ähm... Da ist aber jetzt auch nichts Neues dazugekommen. Also das war wahrscheinlich nur Fluff mit, von wegen aus, von Mantico aus gestartet und blabla. Weil... Irgendeine tolle Sonde oder sowas. Naja. Das war... Ich meine, das könnte man ja auch gar nicht... Ja, wobei... Die Fahr... Die Flugzeuge, die haben ja diese Slots irgendwie. Es kann aber auch sein, dass das schon nur was ist, was durch das Add-on benutzt wird. Das mir vorher auch gar nicht aufgefallen. Rechts oben kann man diese drei Felder sehen. Ähm... Produktion. Ja, ich glaube nicht, dass da... Ich meine, das ist ja auch kein... Kein Ausrufezeichen gewesen. Ähm... Ja, gut. Also haben wir jetzt hier erstmal... Nix. Der ist jetzt fertig. Ein... Eine Luxus-Apokalypse. Unsere Soldaten haben eine Art Luxus-Bunker entdeckt. Eine unterirdische Einrichtung. So extravagant, dass es kaum zu glauben ist. Es gibt mehrere Schwimmbäder, ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein Kino und sogar einen eigenen VR-Raum. Das einzige, was es hier nicht gibt, sind Menschen. Die leichteren Geräte demontieren und in unseren Anlagen einbauen, spendet die Ausrüstung an New Jericho. Dieser dekadente Luxus ist ein Symbol der alten Welt. Zerstört ist die Ausrüstung an Synergion weitergeben. Ja, in unseren Anlagen einbauen, oder? Ich meine, das macht wahrscheinlich beides nicht wahnsinnig viel Sinn, weil wir da sowieso schon im Ruf zu hoch sind. Ja, komm. Unterhaltung ist in dieser düsteren, elenden Welt selten. Aber nichts könnte notwendiger sein. Angesichts des unerbittlichen Schreckens des Pandora-Virus kämpfen unsere Soldaten oft damit, ihren Verstand zu bewahren. Filme und Spiele werden ihnen helfen, das Gesehene zu vergessen, wenn auch nur für kurze Zeit. Naja, gebracht hat es anscheinend nichts. So. In sechs Stunden. Das ist der erste, der jetzt hier angekommen ist. Mh. Kann der rumfliegen zum Handeln? Hier ist nix. Und hier wird wahrscheinlich auch nix sein. Ab sich das dann wieder lohnt. Wahrscheinlich auch nicht. Ne, dann bleibt er hier. Und, ähm. Dann werden wir die einfach nur rasten lassen. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht, ähm, das verpasse, wenn die wieder bereit sind. Der ist auch bereit. Ja, und eigentlich müsste ich ja auch noch ein Team 4 aufbauen. Wir haben mittlerweile zwei, drei, vier Leute. Ich glaube, in T1 haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die sind im Manticor. Ich habe aber, glaube ich, in der Basis auch noch zwei, die noch nicht so toll sind, oder? Ja, genau. Oh, die müsste man natürlich für diesen Angriff dann auch nochmal ausrüsten. Aber der kommt in sechs Stunden. Was wir als nächstes haben werden, ist wahrscheinlich der Kampf dann. Okay, weiter geht's. So. Die sind hier bereit. Dann stecken wir die in die Basis. Ähm. Personal. Wie sieht es eigentlich hier aus mit Rekuten? Das ist, glaube ich... Ja, das ist so ein Priester. Ähm. Personal. Ähm. Ostafrika, 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 Ostafrika. Und dann müsste man die entsprechend auch dann den Kram wegnehmen. Das ist Verlustgeschäft. Aber hier konnten wir in beiden... Ne, Moment, da kamen wir ja gerade erst her. Aber hier können wir noch hin. Und... Gar nicht. Dann fliegt der einmal hin und her. So, der ist jetzt hier zum Handeln angekommen. Und, ähm... Dann würde ich sagen, handeln wir. Wir kaufen... Davon ein bisschen. Und die Nahrung ist ja jetzt auch günstig. Also, kriegen halt viel mehr raus. Und dann fliegen die da runter. Fluggerät repariert. Genau, der erste ist angekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm. Forschung, Satelliten, Verbindungsforschung. Eine Stunde. Das kriegen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann abgeschlossen. Ah. Dieses Mal noch abgeschlossen. Und ein Achievement, Master Scientist. Satellitenverbindungsforschung. New Jericho kann jetzt stabile Satellitenverbindungen in Zufluchten einrichten, die deren Reichweite verbessern und aktiv Aliengebäude auffinden können. Der Bau dieser Anlagen wurde wahrscheinlich... würde wahrscheinlich andere Fraktionen verärgern. Aber es würde auch die Fähigkeit von New Jericho, die Pandorana-Infektion zu bekämpfen, erheblich verbessern. Die Technologie wäre auch für unseren eigenen Betrieb nützlich. und würde die Reichweite unserer Satelliten-Scans verbessern. Scan-Reichwalt der Phoenix-Basen wird um 25% erhöht. Aber von wegen... Aber es würde wahrscheinlich andere Fraktionen verärgern. Das ist doch... Weiß ich nicht. Signalstörung. Wir könnten unser Wissen über die T-Cluster-Wellen der Pandorana einsetzen, um größere Angriffe auf Zufluchten zu stören. Angriffe von Pandoranern auf Zufluchten werden gestört. So gibt es vier Stunden lang, nachdem die Angriffe erkannt werden. Keine Schäden und Opfer. Hä? Nachdem die Angriffe erkannt werden... Also das heißt, dass die nicht so schnell runtergehen und wir minimal mehr Zeit haben wahrscheinlich. Oder vier Stunden mehr Zeit haben, um da hinzukommen. Das ist wahrscheinlich schon gar nicht so blöd. Aber... Ich denke, da sollten... Vor allen Dingen, weil das ja Ewigkeiten dauert. Signalstörung. Ein Tag um 16 ist ja dort ja ewig. Hier, Forschung. Müssen wir mal gerade wieder drüber gehen. Kann ich jetzt irgendwas Neues in den Basen bauen? Oder ist das einfach jetzt... Oh, ich muss ein Archäologielabor bauen. Das Archäologielabor ermöglicht den Bau von Archäologie-Sonden. Darüber hinaus bestimmt die Anzahl an kontrollierten Archäologie-Laboren die Rate, mit der antediluvianische Artefakte geboren und verarbeitet werden. So wie die Rabatte auf Ruinenausgabung und Sondenkosten. Also doch was mit Sonden. Okay, ja, die sollten wir natürlich dann schon bauen. Dann muss ich jetzt mal gucken. Da geht dann sicher auch wieder eine Menge Geld flöten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das in jeder Basis bauen soll. Wahrscheinlich nicht. Hier haben wir jedenfalls drei frei. Das ist Mittelamerika. Ja, da will ich eigentlich noch nichts bauen. Südamerika, die haben ja sowieso die Slots halt frei. Okay, wir haben also ansonsten jetzt nichts da mit diesem Radar-Dings. Ich nehme mal an, dass die sich einfach nochmal weiter ausbreiten werden. Baueranforderungen. 250. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch Forschung gibt. Wahrscheinlich nicht. Das kostet 50. Na gut, wir haben jetzt nichts mehr davon. Aber da sollten wir wahrscheinlich dann möglichst bald noch sehr viele von bauen. Gut. Dann gucke ich jetzt doch nochmal, ob wir hier nicht was mit Sonden haben oder ob das irgendein Spezial-Dings ist. Achiron-Helm. Scharfschützenhelm von Synergion. Synergion. Plus 10% genau, ich geil, ja. Wahrscheinlich hätte ich die bauen sollen. Ähm, ja, die Aschiron-Rüstung. Nicht die, äh, die, die hier, die War-Dog. Ähm. Aber in der letzten Moment werde ich da erstmal gar nichts bauen. Ah, blablabla, 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 blablabla. Da scheint nichts mit Sonde irgendwie zu sein. Zeuggranate. Ähm. Und hier ist auch nichts. Mehr. Mutok, Fahrzeuge, Flugzeuge. Äh, aha. Mutter, Mutantenviecher. Das ist das, was im Moment wohl von den anderen erforscht wird. Mutok, Kriegsbestie. Naja, okay. Ja, die Produktionsroboter, die bringen mir aktuell gar nichts. Die sollte ich wahrscheinlich im Moment noch nichts mehr holen. Ähm. Ähm. Wenn wir also langweilig überhaupt nichts bauen, macht es auch keinen Sinn, das schneller nichts zu bauen. Machen wir erstmal ähm, das hier, um möglicherweise neue Waffen zu bekommen. Und dann wird es natürlich dann auch wieder sinnvoller werden, äh, Kram bauen zu bauen. Und dann können wir auch die Roboter brauchen. So. Ähm. Ja, der kommt dann jetzt gleich an. Wir können aber jetzt mal gerade mal gucken, wie schnell. Ach, da kann man nicht draufklicken. Na jetzt. Oh, der ist gestiegen. Ausdauer. Ja. Ähm. Die bekommen doch Ausdauer, wenn man die einfach nur da drüber fliegen lässt, oder? Ich meine, die wären vorher bei 8 gewesen. Das ist wahrscheinlich jetzt das Falsche gewesen. Ja, weil das wahrscheinlich Infanterist, Biochemiker. Ähm. Äh. Naja. Der kann wahrscheinlich besser einfach abwarten. Naja. Okay. Ja, ich hoffe, dass das, ähm, da automatisch, dass die, weiß ich jetzt gar nicht, ich hab die bisher immer rausgenommen, weil ich ja mit den, mit den Flugzeugen am rumfliegen bin. So. Dann gehen wir mal. Wir haben jetzt 14. Gehen wir hier weiter. Genau. Angekommen. Und das bedeutet, dass ich jetzt, ähm, die, das Team hier, äh, ach, das steht ja in der Basis, da kann ich nicht lange durchschalten. Ähm, Personal, das ist das Team 1, was hier sich drin versteckt. das muss ich jetzt, ähm, ja, die Rüstung klauen, den anderen ausrüsten und dann werden wir beim nächsten Mal mit dieser Verteidigungsmission, äh, weitermachen. Und, äh, ja, dann wahrscheinlich, ähm, mehr von diesen Laboren bauen. Und danach, ähm, könnten wir möglicherweise das hier angehen. Da würde ich aber auch gerne hin. Und da müssen wir auch noch hin. Und so viel. Okay, ja. Also, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ähm, neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne auch den Kanal abonnieren, ein Like da lassen. Ähm, ansonsten danke ich fürs Zuschauen und sag erstmal tschau und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020